Ein Gast sitzt hier neben mir und der wird etwas ganz Besonderes machen, nämlich er wird das Interview mit mir führen. Nervös? Nein. Was heißt nein? Hast du dich vorbereitet? Selbstverständlich nicht. Wie wird das dann ausschauen, das Interview? Es wird gut werden, wenn wir zwei das machen. Kommenden Freitag, rapid Viertelstunde, mit Andi Marek und mir. Auch mit dabei, Kelly Narase. Alter. 20 Jahre alt. Position. Stürmer Mittelfeldschwiller. Und vieles mehr. Uhrzeit. 19.15 Uhr hast du eh schon gesagt, die sind ja nicht der, jetzt heute einmal die. Nein, 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 so kommst du nicht. Hab nix gesagt. Dankeschön, wir freuen uns. Uhrzeit. Bist im Laubi. Ja. Scheine. Bist im Laubi. Vielen Dank.